Herzlich willkommen zu Shee Krömer. Mein Name ist Shee Krömer. Wir kommen gleich zu unserem Gast. Heute zu Gast bei Shee Krömer, Jens Georg Spahn, 42 Jahre alt, Bundestagsabgeordneter der CDU, stellvertretender Fraktionsvorsitzender und ehemaliger Bundesgesundheitsminister. Wir schalten mal rüber. Herr Spahn. Herr Krömer. Wir würden jetzt anfangen. Gerne. Sie sind kein Minister mehr, ne? Ne, das stimmt. Schwacher Gast schon mal. Tschö.